Was ist das? Ich weiß es und es ist eine Frage, ob er stolz ist. Ob es noch mehr Leute erfahren? 0100 am Fontane-Gymnasium? Wir haben alle die gleiche Nachricht bekommen, oder? Kann es sein, dass es jemand herausgefunden hat? Ich dachte, du hast es vorsichtig. Nicht mir die Schuld. Ich habe alle Spuren verwischt. Das konnte keiner nachverfolgen. Der weiß nicht, was wir mit einem Hacker zu tun haben, Mann. Ihr müsst euch beruhigen. Diese Diskussion führt zu nichts. Hey Leute, wie ist dein Autoschlüssel? Ich habe eine Nachricht bekommen. Unbekannt? Spiel mal ab. Gut, ihr seid pünktlich. Ich weiß, dass ihr die Lösungen für eure Abiturprüfungen gehackt habt, die ihr dem nicht schreiben werdet. Um dieses Geheimnis weiterhin geheim zu halten, müssten etwas Ähnliches für mich tun. Meine Abiturprüfungen damals haben mein Leben zerstört. Ich hatte nicht die gleichen Möglichkeiten wie ihr. Also werdet ihr in meinem Auto in die Vergangenheit reisen. Im April 1993 werdet ihr die Abiturprüfung an das Fontane-Gymnasium klauen und sie in das Fach legen. Macht euch bereit für eine Reise. Durch die Zeit. Leute, wir müssen noch einen Hyundai suchen. Was ist ein Hyundai? Eine Automarke. Bist du doof? Ups. Dinger. Das sieht nach unserem Auto aus. Und das soll unsere Zeitmaschine sein? Das kann erst sechs sein können. Und wie soll man jetzt hier mit Zeit reisen? Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Das Auto fängt an zu nehmen. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Dannet ihr weg! Was? Wie zum Teufel ist Donovan verschwunden? Keine Ahnung, vielleicht wurde er von der Zeit verschwunden oder so. Das ist also das Jahr 1993. Juhu. Na komm, wie kommen wir hier rein? Wir können Saugen schlettern. Ich weiß es nicht, geh du rechts und links lang. Schnell, 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 schnell. Das ist jetzt. Wir müssen Foto suchen. Schnell, 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 schnell. Schnell, du musst zurück. Scheiße. Schnell, du musst zurück. Scheiße. Ich glaub, ich hab's. Okay. Es gibt Gas, es gibt Gummien aus. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Oh mein Gott. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh mein Gott, schnell zurück. Gang, Gang. Sonne, wenn du schwängst. Was? Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.